Herzlich willkommen bei unserem heutigen Web Talk. Es ist der zweite Teil aus der Reihe OER finden und erstellen für Lehrerinnen und Lehrer, aber natürlich nicht nur. Heute geht es um das Thema frei verfügbare Bilder im Internet. Letzte Woche hatte ich euch schon ein paar Dinge zu allgemeinen Fundgruben für OER erzählt und heute haben wir das Thema Bilder auf der Agenda. Ja, warum eigentlich Bilder? Klarer Fall. Die Lehrkräfte unter euch kennen ganz bestimmt die Situation. Man sucht für ein bestimmtes Arbeitsblatt, für eine Präsentation oder etwas ähnliches geeignetes Bildmaterial. Und wo schaut man danach? Natürlich im Internet. Und zu fast jedem Thema gibt es ausführliche Bilder und Grafiken, die man sich meistens ziemlich leicht herunterladen kann. Und da ist die Versuchung natürlich naheliegend, dass man das Ganze per Copy und Paste, ohne weitere Sorgfalt walten zu lassen, auf seine Materialien packt. Davor sei aber gewarnt, denn gerade weil es ja so besonders einfach ist, Bilder sich zu beschaffen im Internet, ist es eigentlich auch genau aus diesem Grund einigermaßen problematisch. Der Grund ist natürlich das Urheberrecht. Wir dürfen eben nicht alle Bilder und Fotos oder was auch immer wir finden, einfach uns schnappen und für alle möglichen Zwecke verwenden. Viele Bilder, Fotos vor allem sind urheberrechtlich geschützt und das kann auch sehr schnell Ärger geben. Es gibt Anwälte, die darauf spezialisiert sind, abmahnen, wellenlos zu treten und da kann schon die Verwendung eines geschützten Fotos sehr, sehr teuer werden. Aber es gibt natürlich eine wunderbare Abhilfe und das sind freilizenzierte Fotos. Am allerbesten sind sie nicht nur frei und offen lizenziert, sondern gleich OER, also Open Educational Resources. Das sind nochmal etwas speziellere Bedingungen und davon möchte ich euch heute eine ganze Reihe vorstellen, wie ihr die findet, worauf ihr achten könnt und müsst und welche Portale sich besonders dafür eignen. Und nun teile ich meine Präsentation mit euch. Zu Beginn meines Inputs möchte ich nochmal einige wesentliche Dinge erzählen zum Thema, was OER ist und was kein OER ist. Nach dem allgemeinen Verständnis sind es ja Creative Commons Lizenzen, die dem OER-Gedanken zugrunde liegen. Aber leider sind nicht alle Creative Commons Lizenzen automatisch auch OER. Es gibt nämlich bestimmte Bedingungen, die dem offenen Gedanken entgegenstehen. Deswegen ergibt sich aus den vielen Kombinationsmöglichkeiten von Creative Commons Lizenzen im Prinzip drei Lizenzformen, die tatsächlich offen und somit OER sind. Wir sehen sie hier auf dieser Folie in der oberen Hälfte in grün mit dem grünen Pfeil gekennzeichnet. Es sind die drei Lizenzformen CC0, CC BY und CC BY SA. In aller Kürze Materialien, die mit CC0 gekennzeichnet sind, könnt ihr einfach verwenden. Ihr müsst nichts weiter beachten, müsst auch nicht den Urheber angeben. Ihr könnt gewissermaßen nach Herzenslust damit verfahren. CC BY, hier mit dem kleinen Männchen gekennzeichnet, hat noch als zusätzliche Bedingung die Namensnennung des Urhebers. Und CC BY SA, erkennt ihr hier an diesem kleinen Kreis, der sich nach rückwärts dreht, bedeutet, dass man die erstellten Materialien unter gleichen Bedingungen weitergeben muss. SA steht für same alike. In der unteren Hälfte findet ihr vier Lizenzvariationen, die also kein OER sind. Ganz besonders problematisch ist der Zusatz NC, non-commercial, erkennbar an dem durchgestrichenen Euro- beziehungsweise Dollarzeichen. Problematisch deswegen, weil Materialien, die so gekennzeichnet sind, beispielsweise von Privatschulen nur schwierig verwendet werden können oder auch gar nicht verwendet können. Ein weiteres Hindernis für OER ist der Zusatz ND. Das Symbol dafür ist das Gleichzeichen und es bedeutet ND steht für No Derivatives, also keine Abänderungen. Das ist natürlich auch schwierig, wenn wir selbst OER erstellen möchten und auf bereits vorhandenes Material zurückgreifen möchten. Also diese Zusätze verhindern OER. Deswegen, wenn ihr selbst Materialien macht oder auf der Suche seid, geht auf die oberen drei, dann könnt ihr sicher sein, dass ihr nichts verkehrt macht. Da es aber heute um Bilder geht, möchte ich euch natürlich auch ein paar Fundgruben zeigen von Datenbanken, von Portalen, die euch die Suche und das Finden von frei verfügbaren Bildern ermöglichen. Als erstes Beispiel habe ich euch mitgebracht die Wikimedia Commons. Vermutlich kennt das der ein oder andere von euch. Hier finden wir also frei verfügbare, frei lizenzierte Bilder. Zur Beachtung, wir können zwar hier auf die deutsche Version gehen. Sie seht also hier, die Reiter sind in deutscher Sprache dann gekennzeichnet. Allerdings müssen wir für die Suche beachten, dass es sich immer auch empfiehlt, die Suchbegriffe auf Englisch zu schreiben. Um euch zu demonstrieren, wie das funktioniert, habe ich mir jetzt das Beispiel Eisvogel überlegt. Ich gehe auf die Suche und ihr seht eine ganze Reihe von Bildern zum Eisvogel. Also ich habe hier meine Ergebnisliste zum Thema Eisvogel. Ihr seht 1781 Treffer. Das ist schon mal ganz beachtlich. Um euch zu demonstrieren, wie das funktioniert in der Wikimedia Commons, gehe ich mal kurz auf das erste Bild und habe hier diverse Möglichkeiten, zum Beispiel es direkt down zu uploaden oder einzubetten. Aber was uns ganz besonders interessiert, ist die Lizenzform. Wir haben hier gleich einen Treffer, sozusagen eine sehr offene Lizenzform, nämlich die CC Zero. Dieses Foto wurde also nicht nur als OER, sondern gleich als CC Zero veröffentlicht. Nichtsdestotrotz finden wir links unten einen Hinweis auf den Urheber des Fotografen. Auch wenn das eigentlich nicht sein muss, wurde das hier gemacht. Das ist im Prinzip auch für euch ein guter Tipp. Man freut sich natürlich immer als Fotograf oder als sonstiger Urheber von Material, auch wenn es nicht Pflicht ist, ein kleiner Verweis auf die Urheberschaft erscheint. Wenn ich auf weitere Einzelheiten klicke, kann ich mir dieses Bild in voller Größe anzeigen lassen und darüber hinaus bekomme ich weitere Informationen, wiederum zum Urheber und auch nochmal zum Lizenztext. In diesem Fall eben CC Zero, wie wir vorhin schon erwähnt haben. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, die mir Wikimedia Commons hier bietet. So kann ich das Bild direkt hier herunterladen. Ich kann es auf einer Webseite einbinden, in ein Wiki einbinden, den Link zum Bild per E-Mail abrufen oder weitere Informationen dazu mir anzeigen lassen. Jetzt zeige ich euch die Plattform Flickr. So, wir befinden uns jetzt also auf Flickr, auch eine Plattform, die relativ gut bekannt ist. Ich möchte euch kurz zeigen, wie diese Plattform funktioniert, was wir damit machen können. Das Besondere daran ist, dass wir hier nicht nur Bilder mit OER-Lizenzen finden oder offen lizenzierte Bilder, sondern eben auch alle möglichen anderen. Um das einzuschränken, habe ich bestimmte Möglichkeiten. Ich verwende auch hier meinen Suchbegriff Eisvogel und zeige euch eine Ergebnisliste. Finde also eine große Zahl von Fotografien, die mir Flickr hier anbietet, allerdings mit allen möglichen Lizenzformen. Um jetzt die entsprechende Lizenz herauszufiltern, die ich benötige, gehe ich hier auf den Reiter beliebige Lizenz. Beim Klick auf das kleine Dreieck öffnet sich ein Dropdown-Menü und jetzt erinnert euch bitte an die Folie, die ich euch am Anfang als Spicker nochmal zur Verfügung gestellt habe. Wir interessieren uns für Bilder, die mit einer OER-Lizenz gekennzeichnet sind, also die auch eine kommerzielle Nutzung und eine Änderung erlauben. Wenn ich also diesen Filter anklicke, reduzieren sich die Ergebnisse auf 197, ist aber immer noch eine gute Auswahl, würde ich mal sagen und ich zeige euch an der Detailseite, wie das hier bei Flickr funktioniert. Also ich kann auch hier die Datei herunterladen direkt und bekomme auch die Informationen, die zu einer Weiterverwendung notwendig sind. Auf der linken Seite den Namen des Fotografen und auf der rechten Seite den Lizenztext und den Hinweis auf die verwendete Lizenz. In diesem Fall, ihr erinnert euch, das kleine Männchen, das steht für die Namensnennung der kreisförmige Pfeil, für die Bedingung same alike, also Weitergabe zu gleichen Bedingungen und wenn ich möchte, kann ich mir auch den rechten Text von Creative Commons anzeigen lassen. Da kann man das noch mal schön nachlesen, was die Lizenz erlaubt. Als nächstes Beispiel habe ich euch eine Plattform aus dem kulturellen Bereich mitgebracht und zwar MusaMiku. MusaMiku ist, bietet eigentlich News zu Kunst und Kultur und hat aber als besondere Serviceleistung diese Zusammenstellung von Online-Plattformen für frei nutzbare und Public Domain-Bilder aus dem kulturellen Bereich zur Verfügung gestellt. Ein besonders schöner Service, denn sehr häufig findet man ja gerade aus dem Kunstbereich sehr schwierig Bildmaterial, das wir einfach nutzen dürfen und hier auf dieser Plattform haben wir alle möglichen Museen, Kollektionen weltweit zusammengestellt, die uns eine Nutzung erlauben. Hier als oberstes Beispiel, bei dem ich jetzt auch aus Zeitgründen gleich bleibe, ist eine Tapisserie von William Morris aus dem Cleveland Museum of Art, die unter der Lizenz Public Domain veröffentlicht ist. Im Prinzip eine Sonderform, aber von den Nutzungsbedingungen her ähnlich wie CC Zero. Wenn ich darauf klicke, verlasse ich als Umgebung von MusaMiku und befinde mich direkt auf den Seiten des Cleveland Museum of Art und wir sehen, dass wir auch dieses Bild downloaden, uns den rechten Text anzeigen lassen können, drucken und teilen in sozialen Medien. Also das ist ein sehr schönes Angebot, das es uns wie gesagt erleichtert, Bilder aus dem kulturellen Bereich, aber auch Audiodateien und so weiter und so fort zu nutzen. Seht euch da gerne oben, das ist wirklich eine ganz tolle Fundgrube. Nur noch ein Wort zur Google Bildersuche. Das ist also ein Tool, das sicherlich jeder kennt, auch die Bildersuche auf Google. Was uns jetzt im Bezug auf Open Educational Resources aber besonders interessiert, ist eine Filtermöglichkeit. Und um euch das zu zeigen, gehe ich jetzt mal auf die Hauptseite von Google. Keine Angst, die Links bekommt ihr alle zum Nachlesen, zum Nachprobieren später auf der Präsentation. Ich habe das jetzt so gemacht, falls ihr das einfach vergesst, wie das funktioniert, denn man muss sagen, Google hat das ziemlich gut versteckt, wie man die Filterfunktion für freie Lizenzen einstellen kann. Deswegen zeige ich es euch jetzt zwar von Anfang an, aber wie gesagt, auf der Präsentation kommt ihr direkt in die erweiterte Suche. Wir sehen hier die Startseite, den bekannten Suchschlitz und ich gehe auf die Bildersuche und wir probieren es wieder mal mit dem Eisvogel aus. Und auch hier seht ihr eine ganze Reihe von Ergebnissen. Auch ein Bild aus der Wikipedia ist dabei, aber auch alle möglichen Quellen. Da wir uns jetzt aber für frei verfügbare Bilder interessieren, gehe ich auf den Reiter Einstellungen, klicke darauf und es öffnet sich ein Menü, das mir eine erweiterte Suche anbietet. Den wähle ich aus und damit befinde ich mich in dieser Suchmaske, die mir diverse Schlagwort, Wortgruppen, einzelne Wörter etc. anbietet, auch das Sortieren nach Größen und Formaten. Was uns aber besonders interessiert, ist von Google ganz unten versteckt worden sozusagen und zwar das Thema Nutzungsrechte. Voreingestellt sind alle Nutzungsrechte. Wir interessieren uns aber für die Creative Commons Lizenzen. Und wenn ich jetzt die Ergebnisliste mir anschaue, sehe ich, dass es diverse Quellen gibt. Zum einen Wikimedia Commons, hier unser bekanntes Bild, das wir vorhin schon gesehen haben bei der direkten Suche in den Wikimedia Commons, aber auch andere offen lizenzierte Bilder. Ich zeige euch das an diesem Beispiel. Dieser Eisvogel stammt aus der Datenbank Pixabay. Pixabay hatte bis letztes Jahr, Anfang letzten Jahres auch eine CC Zero Lizenzierung, ähnlich wie andere Datenbanken, die Fotografen erlauben, Bilder selbst hochzuladen unter offenen Lizenzen. Leider wurde das geändert. Ich zeige euch das mal im Detail. Die obere Leiste ist übrigens eine Werbeseite für kommerzielle Bilddatenbanken. Wir haben aber hier auf Pixabay 555 kostenlose Bilder zum Thema Eisvogel. Warum sind diese Bilder jetzt aber kein OER? Wenn wir hier gucken, was wir machen dürfen mit diesen Bildern, wir dürfen sie frei kommerziell nutzen und müssen auch keinen Bildnachweis anbringen. Ja, die Möglichkeit des kostenlosen Downloads ist auch gegeben. Deswegen lohnt sich ein Blick in die Pixabay Lizenz. Ich mache das jetzt nur exemplarisch, weil andere Datenbanken ähnlich funktionieren. Also auch hier, es ist erlaubt, alles kostenlos zu nutzen, auch für kommerzielle Zwecke. Man darf es verändern. Also im Wesentlichen die OER Bedingungen. Nicht erlaubt ist allerdings in erster Linie das hier. Nämlich die Verbreitung und der Verkauf von Werken auf anderen Bilder, Wallpaper und Vertriebsseiten. Wer jedoch genau das nicht vorhat, der kann völlig problemlos auch diese Bilder für meinetwegen Arbeitsmaterialien verwenden. Wenn wir allerdings selbst OER erstellen möchten und diese auch weitergeben, dann ist streng genommen die Pixabay Lizenz ungeeignet, ähnlich wie andere beispielsweise an Splash. Ich zeige euch nachher noch ein paar Beispiele dafür. Also es ist kein echtes OER, was sehr schade ist, aber nachvollziehbar, denn es ist zu vermuten, dass es schwarze Schafe gegeben hat in der Vergangenheit, die genau dies getan haben, nämlich vollumfängliche Bestände aus solchen frei zugänglichen Datenbanken einfach komplett entnommen und auf eigene Datenbanken exportiert. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Zu guter Letzt möchte ich noch ein paar Tipps und Tools für die Arbeit mit offen lizenzierten Bildern zeigen. Allen voran ein kurzer Blick auf das umfangreiche Google-Doc von Nele Hirsch zum Thema Websites mit freien Bildern. Hier seht ihr auf einer mittlerweile sehr langen Liste eine ganze Reihe von Datenbanken und Webpages, die sich mit dem Thema freie Bilder beschäftigt, eben auch mit den Einschränkungen. Hier wir sehen Pixabay ganz an oberster Stelle. Es gibt aber auch nach wie vor einige mit CC0-Bildern, die ihr verwenden könnt. Je nach Thema ist da wahrscheinlich für jeden etwas dabei. Ich kann euch nur dazu ermutigen, das mal euch anzuschauen und einzelne Seiten mal auszuprobieren. Die Tullo-Regel ist auch ein schönes Tool, das einen gerade bei der Arbeit mit eigenen OER, wenn man selbst OER erstellt oder auch Bilder abändern will, helfen kann, wie Materialien richtig gekennzeichnet werden müssen, um gemäß der Bestimmungen von offen lizenzierten Werken gültig gekennzeichnet zu sein. Auch das ist ein hilfreiches Tool, gleichzeitig ein kleiner Cliffhanger. Wir werden in einem der folgenden Web-Talks auch noch die Thematik des Lizenzierens haben, des korrekten Lizenzierens. Da kommen wir auch auf die Tullo-Regel noch einmal zu sprechen. Ans Herz legen möchte ich euch noch in aller Kürze das Kapitel Bilder unter freier Lizenz nutzen mit einem kleinen Video, das euch noch einmal zusammenfasst, wie man am einfachsten und auf korrekte Art und Weise Bilder unter freier Lizenz nutzt. Und zu guter Letzt den Goldstandard für häufig verwendete Fotos, für ein häufig verwendetes Format, nämlich das Foto, eine Zusammenstellung von Richard Heinen und Gabi Fahnenkrog, auch zu finden auf OER-Info. Das war es in aller Kürze zum Thema Fundgruppen für frei verfügbare Bilder im Internet. Ich hoffe, ihr konntet die ein oder andere Anregung mitnehmen, die euch die Arbeit erleichtern und möchte ich euch ermutigen, das selbst mal auszuprobieren, selbst zu recherchieren oder vielleicht auch selbst mal was hochzuladen bei den Datenbanken, die das erlauben. Es findet sich viel im Internet, was frei verwendbar ist und ich wünsche euch viel Spaß dabei und viel Erfolg und freue mich auf den nächsten Web-Talk.